ja hallo und herzlich willkommen mein name ist las bobach ich blogge zu dem thema produktiv in digitalen zeiten und dem papierlosen büro und heute habe ich ein geschenk mitgebracht ja es gibt eine gratis videoserie zum thema wie du dich und dein team digital organisiert also wenn du dich besser organisieren willst dein team besser organisieren willst aber so ein bisschen den überblick im app dschungel im digitalen app dschungel und tool dschungel so verloren hast dann ist das genau die richtige videoserie für dich sie ist nämlich in drei teilen aufgeteilt im ersten teil geht es darum wie du dich persönlich besser organisiert also welche tools du einsetzen solltest welche apps und 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 ich gebe also ganz konkrete beispiele auch was ich alles einsätze um im hektischen büroalltag auf kurs zu bleiben und immer das gefühl zu haben alles im griff zu haben der zweite teil ist dann der digitalen ablage gewidmet also wie du dokumente unterteilen ablegen solltest so dass du sie auch wirklich wieder findest wenn du sie brauchst und suchst und der dritte teil da wird es richtig spannend da geht es um team kollaboration also wie ihr euch im team digital organisieren sollte und ich gebe da beispiele aus meinen beiden firmen welche tools und apps wieder einsetzen das ist ja völlig unterschiedlich in beiden firmen weil die anforderungen auch völlig unterschiedlich sind in beiden firmen ich stelle beides vor und gebe auch ganz konkrete praxis und anwendungsbeispiele und du musst dir dann nur die tools und apps raussuchen die für deinen anwendungsfall passen ja hast du interesse ja dann einfach hier unten auf den link klicken den ich einblende oder gehe auf meinen blog unter lasbobach.de schrägstrich digital da kannst du dich anmelden und dann bekommst du die dreiteilige videoserie die nächsten drei tage direkt direkt in deine inbox geliefert erste video direkt heute noch also kann direkt losgehen wenn du möchtest ja hast du fragen zur digitalen organisation von dir und deinem team gerne hier in die kommentare oder eine e mail an office at lasbobach.de und das kennt ihr ja die beantworte ich dann immer freitags in fraglas alles klar ich wünsche euch viel spaß mit den videos und freue mich auf eure fragen bis dann ciao